Musik Herr Außenminister, heute zu Besuch in Tirol. Es hat ein Arbeitsgespräch gegeben mit dem Landeshauptmann Günther Platter. Das Hauptthema unseres Gesprächs war die sprachliche Frühförderung im Kindergarten. Meiner Meinung nach ist die Sprache die wesentliche Basis für eine gelungene Integration und da müssen wir bei den Jüngsten ansetzen. Die Sprache muss im Kindergarten gelernt werden, damit jedes Kind beim Schuleintritt so gut Deutsch kann, dass es dem Unterricht auch ordentlich folgen kann und das unabhängig davon, welche Muttersprache die Eltern haben. Und wir im Land Tirol unterstützen das schon seit dem Jahre 2008, dass wir im Alter von drei bis sechs Jahren die Kinder unterstützen, die einen Handlungsbedarf haben, dass sie die deutsche Sprache erlernen. Und gerade in dem Alter erlernt man das am leichtesten. Und jetzt gibt es eine Initiative vom Bundesminister Sebastian Kurz, dass der Bund noch zusätzliche Gelder im Rahmen eines Staatsvertrages 15a-Vereinbarungen zur Verfügung stellt. Wir investieren seitens des Bundes und der Länder in Zukunft 30 Millionen Euro für die sprachliche Frühförderung im Kindergarten pro Jahr, damit wir dem Ziel auch gerecht werden, dass jedes Kind ordentlich Deutsch lernt. Und wir nehmen zusätzlich noch zweieinhalb Millionen Euro in die Hand, dass wir eigentlich sehr viel Geld für diese sprachliche Frühförderung haben.